Dieser zu veräußernde 3-Zimmer-Bungalow steht in Niedergemünden. 1993 wurde dieses Objekt erbaut. Das Gebäude verfügt über zwei Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 693 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 72 Quadratmetern. Das Objekt steht für 89.900 Euro zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.